Was geht ab? Wir haben, ich glaube Mittwoch, den 27.09.2023, Uhrzeit ist vollkommen in Ordnung und mein YouTube-Kanal BurnerTV hat das letzte Mal, als ich es gesehen habe, 2070, 71 Abonnenten und Klicks weiß ich nicht, kann sein, dass es ein bisschen weniger geworden sind oder mehr, ich weiß, es war lange ruhig, aber ich bin natürlich ruhig, ich war im Urlaub in Offenbach, Stadtmitte, mit dem schönen Fluss im Hintergrund Main und da war gerade Dippemess, habt ihr gesehen, mit dem Riesenrad und ich bin aber wieder zurück und es war mir leider nicht möglich, aus Offenbach zum Spiel gegen Everdeen was zu machen, ich habe das Spiel nicht mehr sehen können, so schlimm ging es mir und gegen Freiburg war es mir auch nur möglich, aufgrund, weil Offenbach kein WLAN hat anscheinend, 30 Minuten, in der ersten Hälfte 30 Minuten zu sein, ich glaube ab Minute 10 bis 40 habe ich gesehen können, dann ist das WLAN weg gewesen. So, na gut, aber nichtsdestotrotz würde ich ganz kurz drauf eingehen, was ich da gesehen habe und mich interessiert auch eure Meinung dazu, ja, weil, ähm, Everdeen kann ich nichts sagen, ich habe das bei, die einzige Möglichkeit, ich hatte ein Tipico live, ja, und dann hast du am schnellsten von allen Möglichkeiten die Ergebnisse und dann bin ich immer so, habe sogar geguckt und hat mich sehr gefreut, dass wir 2 zu 1 gewonnen haben, zum Spielen, ja, war wohl auch C, ja, aber gewonnen ist gewonnen, das ist das, was zählt, fertig, ja, äh, gegen Freiburg, bleibt zu sagen, Freiburg ist, äh, der erste wirkliche, äh, Gradmesser diese Saison, ja, weil alles andere bei Mannschaften, da musst du einfach punkten und nicht mal das hat einfach gekriegt, ja, aber wir haben nicht, also wir haben gepunktet, das ist, äh, falsch ausgerückt, wir haben gepunktet, ja, aber, äh, wir sind umgeschlagen immer noch und so weiter, aber Freiburg ist dann schon eine andere Kategorie, wo du gucken kannst, wo du stehst, ja, äh, Mainz, Freiburg, äh, Mainz, Bochum, Darmstadt, äh, was da alles war bisher, ja, hm, ähm, ähm, war die letzten Jahre auch mit uns, äh, hat auch einen steilen Aufstieg hingelegt nach der Eintracht und spielte auch international und hin und her und schon gut und da hast du mal gespielt und hast nicht verlogen, ja, und hast dich sogar gut verkauft, denn das, was ich gesehen habe, hat mir gefallen, ich hab definitiv eine Weiterentwicklung gesehen, äh, mit einem Shaibi, mit, äh, mit, ähm, ja, ein Götze war erst mal auf der Bank, erst mal oder kam er dann, ich weiß es gar nicht, aber Götze hat nicht angefangen, wir haben eine komplett neue Offensive gehabt, ähm, und was ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen, ich hab gute Ansätze gesehen, ja, ich hab, ähm, ein gutes Passspiel gesehen, gute Lösungen gesehen, vieles, ja, hinten sind wir stabil, wie seit 100 Jahren nicht mehr gefühlt, also wirklich, Koch ist schon ein sehr, sehr guter Verteidiger und der ist definitiv, äh, darüber sollte man in der Zulammannschaft darüber nachdenken, denn, ähm, ey, der ist stabil bis jetzt, äh, also wirklich tadellos und, äh, ja, deutscher Verteidiger, der richtig gut abliefert, der muss, äh, in den erweiterten Kreis kommen und da muss man gucken, ob man ihm oder nicht, aber er hat ja noch die ganze Zeit, sich zu zeigen, aber Pacho ist für mich, Pacho ist für mich wirklich, das ist, das ist ein Move gewesen, aus dem Nichts kommt der, dieser, dieser Typ nach Frankfurt und, ähm, der rasiert alles hinten rum, äh, 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 der rasiert alles, ja, also, krass, krasser Transfer und hinten sind wir echt stabil, bin ich schon lange nicht mehr, natürlich, natürlich bleibt es abzuwarten, was passiert, wenn wir gegen, äh, offensiv stärkere Mannschaften spielen, ja, gibt ja die Saison ein paar, also Leverkusen, Leipzig und Bayern, die performen hart, heftig, diese Saison, ja, äh, die performen wirklich heftig und es wird auch sehr interessant sein zu sehen, wie sich das entwickelt über die Saison, ob Bayern, äh, auf dem Niveau weiter performen kann, das ist Bayern, die können das sehr wahrscheinlich, aber, wie sehr haben wirklich Leverkusen und Leipzig dieses Jahr eine Chance, um den Titel mitzuspielen, das wird sehr interessant sein, ja, ähm, nichtdestotrotz, defensiv stehen wir sehr, sehr stark, nach vorne hat mir das Spiel schon sehr gut gefallen, auch von der Mittelfeldzentrale, ein Larsson, ein Schlieri, super, super, äh, ähm, Verpflichtungen, ja, ähm, ähm, auch mit einem Nkunku, der sich der sehr, immer besser integriert, ähm, im Bimbel vorne, das, das sind alle Spieler, die können neu aufblühen, die haben natürlich noch Potenzial für mehr, aber es hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, was wir gemacht haben, das Einzige, was wir noch überhaupt nicht, was wir überhaupt, das ist ja hier uns bewogen, ne, das Einzige, was mir noch gar nicht gefallen hat, ist, ähm, ähm, uns, 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 uns fehlt der letzte Punch, die letzte Power, also, wir spielen alles super, äh, ey, ey, die, ich, fairerweise, ich muss sagen, mir war es nur möglich, 30 Minuten zu gucken, und selbst die mit, äh, ja, ja, so wie es halt ist, wenn man im Offenbach, was ist, was passiert hier alle, was rufen die alle hier, also, das liegt nicht an mir aus, ansonsten, ja, ähm, ja, so, so wie es halt eine mögliche ist, in Offenbach, statt mit da, mit, 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 mit einem löchrigen WLAN da irgendwie was zu verfolgen, ja, ähm, aber gut, das, was ich gesehen habe, das sah schon, das sah schon nach einer Weiterentwicklung aus, einfach vor Ort hat, hat das Spiel gemacht, die haben dominiert, ja, die haben, die haben, die souverän, das war ein souveräner Auftritt, bis, ich weiß nicht, 20, 30 Meter vors Tor, und dann fehlt einfach, ich weiß es nicht, dann, als ob, hab ich das Gefühl, alles scheint so, sogar, man merkt, man merkt schon, so einen neuen Geist in der Mannschaft, so eine neue Handschrift in der Mannschaft, es wird von Spiel zu Spiel besser, meiner Meinung nach, da wird schon mehr, das ist ja nicht mal dieser, äh, äh, Olli Glasner Fußball mit, äh, die, die Offensiven stehen, ähm, mit, mit dem Rücken zum Gegner, äh, der wird angespielt, lässt abtropfen, quasi so, und dann über die Außen, und dann so, so, kennt ihr diesen, äh, diesen Spiel Fußball, ja, bei, 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 äh, Toppen, da geht es schon viel mehr, One-Touch, schneller in die Spitze, schneller nach vorne spielen, und so weiter, das ist, äh, das ist schon alles schön und gut, aber, man hat so das Gefühl, dass so, 30 bis, das, das hat die Taktik bis jetzt, wie so ein Lehrplan in der Schule, ja, äh, wir haben jetzt gelernt, in den ersten zwei Monaten, von unserem Tor bis, äh, 20 Meter hinter die Mittellinie, bis dahin haben wir das perfektioniert, da haben wir das auswendig gelernt, aber dann, äh, da waren wir noch nicht in der Schule, den Unterricht hatten, wenn noch nicht, dann wissen wir nicht mehr, wie es weitergeht, ja, so hat man das Gefühl bei der Eintracht, weil, äh, es, es kann, es kann ja nicht daran liegen, dass, 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 dass man, äh, dass die jetzt sagen, ja, ein Konomuani ist weg, alles andere ist exakt das selber, aber ein Konomuani ist weg, ja, ähm, der hat zwar ein paar Buden gemacht, zu Beginn der Saison, aber ich würde mal behaupten, dass, da war jetzt nichts, wo du sagst, ey, so ein Ding hätte kein anderer gemacht, der hat die Dinger gemacht, die halt, äh, so ein Abpraller-Dinger waren das, ja, und ich würde mal behaupten, dass das nicht an der Qualität von Konomuani liegt, dass wir nicht mehr treffen und dass er weg ist, ja, ähm, wenn, wenn Mamos oder, oder in Gang kamen oder sonst, wenn solche Positionen gebracht werden würden, würden die auch treffen, ja, ähm, natürlich ist Konomuani ein Schwimmer von herausragender Qualität, äh, wurde uns auch fürstlich entlohnt, daher, ähm, übrigens, äh, Missland, Sven Missland hat, wurde in Ajax, äh, entlassen, ja, das ist, das war so ein Traumtransfer, äh, niemals im Leben hätte ein anderer Match auf diesem Planeten uns, äh, 8-12 Millionen für Dian, ohne, ohne das Negativ, äh, Dian Tramai gegenüber zu meinen, niemals im Leben hätte uns ein anderer Match auf dem Planeten 8-12 Millionen geschenkt für Dian Tramai, Mann, ich, äh, ey, wenn Kröche, der Missland dann nicht dafür bezahlt hat, weiß ich auch nicht, ja, Hammer, Hammer Move, ja, er ist jetzt leider weg, aber gut, wir haben den Transfer gemacht, geil, ja, nichtsdestotrotz, ähm, ja, ich bezweifle, ich bezweifle wirklich, dass es an, 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 daran liegt, dass man sagt, wir haben keinen Stürmer, der die Dinger reinmacht, nein, ja, ein Stürmer muss die Dinger auch bekommen, Kolomani war halt ein sehr, sehr viel mitspielender Stürmer, der sich die Dinger auch mal schon 30, 50 Meter vor dem gegnerischen Tor abgeholt hat und mitgemacht hat bei den Angriffen, da, das muss generell, das, das letzte Fünftchen, wie gesagt, der Schulunterricht, der muss bei der Eintracht noch ins letzte Drittel gehen, ja, der, 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 Topmüller und sein Team müssen den Spielern mal einimpfen, was sie zu tun haben, wie sie zu Toren kommen, ja, äh, also 30 Meter vor dem gegnerischen Tor, bis dahin, Leute, sieht das alles sehr, sehr gut aus, wir haben auch fußballerisch sehr, sehr starke Leute, ja, wir haben, äh, auch mit einem Lars von, mit einem, der Junge ist 19 Jahre alt, kommt aus, äh, einem anderen Land, spielt er das erste Mal in Deutschland und, äh, er liefert ab mit 19 Jahren, mit 19 Jahren hab ich noch in die Hose gemacht, machen andere noch in die Hose bestimmt, ja, keine Ahnung, was man da macht in 19 Jahren, was so cool ist, Hose machen wahrscheinlich nicht so, ja, aber er ist mal noch ein halbes Baby, ja, und er ist in der Bundesliga und, äh, performt einfach eiskalt mit, mit super Technik und Übersicht und Ruhe am Ball, das ist wie ein Dicker mit 19 Jahren damit, hat wohl auch ins kalte Wasser geworfen, hat einfach abgeliefert, ja, und, und, und der Junge hat noch so viel Potenzial, wir werden sehr viel Spaß an ihm haben, ja, und, ähm, ich finde es auch eigentlich sehr, sehr geil, dass, äh, dass, äh, Topmüller dann auch mal einen Ferry gebracht hat und ich bin sicherlich demnächst auch ein Fudkoi, Fudke, wie spricht man genau aus, kann man das eine einmal wirklich hier unter das Video schreiben, wenn ich verdammt bescheiße, und, ähm, äh, ey, ich, ich, ich finde es schon sehr, sehr geil, dass die gebracht werden, weil, ganz ehrlich, unter uns, schlimmer kann es ja nicht werden, also schlechter, warte, nehme ich den Parkplatz oder den, ich glaube, der ist besser, schlechter kann es hier nicht werden, weil, äh, vorne haben wir ja gar keine Durchschlagskraft, ja, es kann ja nur besser werden, und wenn du schon so zwei Jungs hast, die so heftig performen in deren Liga, was ja jetzt auch nicht gerade die höchste Bauernliga ist, das ist ja schon eine Regionalliga, oder wo ist unsere zweite Mannschaft, oder, oder mussten die von ganz unten anfangen, und, ich weiß, die dritte Liga, ich bin da wirklich blamadisch, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber die schießen die Liga kurz zu klein, ist doch scheißegal, wo die sind, die, die outperformen ihre Liga, sagen wir so, ja, und, das ist deine zweite Mannschaft, das ist dein zweites Glied, da ist halt, äh, die, da, da kannst du dich bedienen, da parkst du deine Talente und gibst denen, äh, die Möglichkeit, sich anzubieten, und mehr als die beiden kann man sich nicht anbieten, ich weiß nicht, vielleicht der andere, ein oder andere aus deren Mannschaft auch, aber die zwei stürmen wir erst recht, und, ähm, ey, wann, wann, weißt du, da brauchst du auch den Trainer, der die Eier hat, auf solche Spieler zu bauen, und den haben wir, und wir haben das jahrelang hier kritisiert, da rumgeholten, dass keiner auf die Jugend setzt, und dann hast du mal einfach zwei, zwei Spieler, die ihre Liga kurz und klein schießen, und du hast zusätzlich auch ein, ein, oah, jo, aber jetzt ist die Krise, vielleicht, ob ich da reinpassen, aber hast auch zusätzlich auch gerade, äh, ein Problem im Sturm, weil einfach, äh, die Tore fehlen, sagen wir es, wie es ist, ja, ich möchte das gar nicht, äh, ankreiden an, an Mamosch oder an Gangka, das ganze Offensivspiel, der Mannschaft ist da ein bisschen, ne, ich weiß nicht, doch, geht doch, geht doch, oder, oah, scheiße, Mann, ich stehe echt nicht gut, ja, okay, komm, ich hab, ich hab ja noch, ui, also, sorry, die können nicht parken, Mann, ich kann ja, aber, ich bin gefangen jetzt, verdammt, da kommt noch einer, macht mir das Druck, ja, sorry, ich müsste jetzt einfach gucken, oh, Gott, wo willst du denn hin mit dem Kindermobil, okay, nee, nee, ich nehm doch den anderen, der hat mir besser gefallen, komm, fahren wir noch in Ruhe, ich möchte Klima machen, was man heißt, jedenfalls, ja, dann hast du einfach, du hast schon ein Problem im Sturm, du hast, äh, den Nachwuchs, der alles outperformt, und hast noch den Trainer, der auf die setzt, die Konstellation kann nicht besser sein, wirklich nicht, und deswegen bin ich sehr, sehr froh, die beiden öfter bei uns spielen zu sehen, weil, das ist doch, wenn, wenn man sich schon freut, über einen Jan Tramai, den man vor 10 Millionen, was ist, ich bin mal Daumen, da vorhin verkauft, und den ein oder anderen guten Schnapper, den man gemacht hat, und auch den ein oder anderen guten Verkauf, Mann, dann gibt es doch nichts Schöneres, als aus deiner eigenen Jugend, äh, klar, die wurden auch eingekauft, irgendwann mal und so, ey, also bitte, das ist also bitte, äh, die Türen müsste man dann schon schließen, ich habe noch nie was Dummes gesehen, wie diese Frau, wirklich, ich mache beide Türen auf, und mache noch ein Stück mit dem Kopf, wo lebst du, ist es deine Straße, oder was, bist du selber leid, oder was ist hier los, ja, so, ähm, jedenfalls, ne, seine Straße, ne, egal, jetzt auch nicht, jedenfalls, ähm, äh, wo waren wir, ja, die wurden auch, aus der eigenen Jugend, kosten nicht quasi nix, etablierst die in der Liga, aber stell dir mal vor, die liefern, stell dir mal vor, ey, die müssen nicht mal so performen, wie in deren Liga, aber wenn die einfach gute Spiele liefern, Vorlagen liefern, ja, Shaibi hat ja auch eine Vorlage jetzt geliefert, war ja eine Flanke, war das gegen Eberding, glaube ich, und, äh, lass die, lass die mal reinkommen, natürlich, die sind total jung, die müssen lernen, Potenzial haben sie, aber, hey, fördere, die, gib denen die Chance, und du kannst die Dinger, die Dinger, sorry, die Menschen, die Menschen, kannst die zwei Spieler, äh, entweder helfen sie dir ungemein weiter, oder sie werden dir weiterhelfen, und, 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 oder, und wirst die, äh, sehr, sehr lukrativ weiterverkaufen, und kannst du weiter in deine Jugend investieren, und das machen, das ist einfach ein geiler Move, ich finde das sehr, sehr geil, was bei der Eintracht hat passiert, äh, das Fußballerische übergreifend, also die erste Mannschaft übergreifend, ja, hinter den Kulissen, mit der Jugend, mit dem ganzen Verein, wie die Transferpolitik ist, die ganze Wirtschaftspolitik, von Eintracht auf, Wirtschaftspolitik in diesem Land ist fürchtet, ja, aber, äh, mit einem Finanz, äh, was heißt, Minister, der nicht mal weiß, dass es eine Insolvenz ist, ja, das ist ganz stark, ganz stark hier, aber das ist ein anderes Thema, aber, ähm, was bei Eintracht abgeht, ist sehr, sehr stark, die Ergebnisse sind noch nicht so krass, ja, so, so hervorragend, aber man darf nicht vergessen, wir sind ungeschlagen, äh, gegen die ersten, gegen den ersten Gegner, der ein bisschen stärker ist, haben wir auch ungeschlagen geblieben und haben besser gespielt, ja, das ist das, was ich gesehen habe, aber auch, was ich gelesen habe, ja, äh, uns wurden Elber nicht gegeben, habe ich gehört, ich kann nichts sagen, ich habe die Situation nicht gesehen, Elber wurde uns nicht gegeben, in der Nachspielzeit haben die ein Abseits-Tor gemacht, was, also, da, ich habe mit so einem, ich habe mit dem Bernd geschrieben, Hallo Bernd, hi, ja, und er hat mir gesagt, äh, 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 also, wir haben uns sehr aufgeregt, weil es erst mal ein Tor war und dann haben wir so, so, über WhatsApp hat er mir berichtet, was passiert und so weiter, wir waren sehr glücklich, dass es dann doch kein Tor war, und, ähm, ja, aber ungeschlagen, ja, mit Glanzen hat das auch zehn Spieltage gedauert, bis irgendwie anfing, was zu funktionieren bei der Eintracht, wir sind immer noch ungeschlagen, wir sind europäisch dabei, äh, Sieg, europäisch, äh, ja, äh, es könnte besser sein, aber es könnte auch bei weitem viel schlimmer sein und schlechter, ja, und es ist sehr schwer gegen die Eintracht zu spielen, es ist generell schwer gegen die Eintracht Tore zu schießen, das ist schon, das ist schon wirklich sehr, sehr viel wert, wenn wir es jetzt noch hinkriegen, selber Tore zu schießen, für mehr Torgefahr zu sorgen, ja, dann, äh, das Eintracht-Form wird definitiv ein Fakt in der Bundesliga, ja, solange wir das Problem nicht in den Griff kriegen, wird es eine schwierige Saison, weil die ganzen Brocken kommen noch, und da wird man sehen, wo man steht, ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben sehr, sehr geile Jugendspieler, die wir integrieren in die erste Mannschaft, das wird nice, wirklich, äh, um den anderen auch eine Pause zu können, wir haben mit Alario einen Spieler, den man nicht abschreiben sollte, ich weiß gar nicht, warum der hier so krass gehatet wird, von so vielen Spielern, äh, Spielern, von so vielen Leuten, ähm, Alario ist ein sehr, sehr geiler Spieler, ist ein komplett anderer Spielertyp, man braucht ihn nicht anzukommen, er ist langsam, er rennt nicht so viel wie Colomo an, er ist nicht so dies, er ist nicht das, es ist ein komplett anderer Spielertyp, man braucht es mit einer Million Stürmertypen auf der Welt, und er ist halt ein Straffraumspieler, Mann, Stürmer, ja, natürlich, der zwei Jahre nicht gespielt, drei Jahre nicht gespielt, keine Ahnung, mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, hin und der Mann, lass den fit werden, für ihn langsam ein an das Team, äh, auf dem Spielfeld, gib mir Spielminuten, gib mir Spielpraxis, gib mir Selbstvertrauen, dreh dem gut zu, sag du baust auf ihn, na, hey Mann, dann wirst du sehen, du wirst ihn da vorne reinstellen, alleine Kopfbälle macht er rein, äh, der muss gut bedient werden, da macht er die Dinger rein, da bin ich sicher, ja, und, äh, ich glaube, er wird uns auch sehr gut weiterhelfen diese Saison, und dann würde ich nicht abschreiben, ich weiß auch gar nicht, warum er so einen schlechten Ruf hat hier bei der Eintracht, ja, äh, natürlich hätten wir jetzt einen Colomani noch, noch irgendwie, noch krass eingekauft und so weiter, wäre es vielleicht schwer geworden, ja, aber einfach nur, weil die so krass performt haben, das ist schwierig für jeden Spieler der Welt gewesen wahrscheinlich, wenn so ein Colomani so ein Performer ist, und einen Topscorer liefert, dann ist es schwierig, einen neuen, oder einen anderen da neben ihm zu platzieren, ja, aber er ist nun mal weg, alle anderen fangen bei Null an, Alario genauso, und, ähm, äh, vielleicht sogar mit dem Vorteil, dass er ein Jahr länger hier ist und so weiter, das Ganze schon kennt, lasst ihn mal machen, lasst ihn fit werden, lasst ihn mal Spielminuten, Spielzeit geben, nicht direkt haten, wenn irgendwas nicht funktioniert und so weiter, und dann glaube ich, kann und wird er uns noch sehr gut weiterhelfen mit der Verstärkung der zwei Jungs dahinter, äh, der Jugendspieler, wenn wir die, äh, weiterhin integrieren in das Team, kann, kann es was werden, und ich bin guter Dinge, es wird was werden, weil ich sehe, ich sehe die Entwicklung, in 30 Minuten gelangt den Offenbacher mein, äh, zu sehen, äh, was da passiert ist, ja, oder was passiert, ja, und, äh, wenn die Entwicklung weiterhin so geht, und wenn im Schulunterricht bei der Eintracht mal das letzte Drittel besprochen wird, und die da, äh, das Lernen, wie sie sich dazu verhalten haben, äh, äh, um Tore zu erzielen, dann kann es was sehr Schönes werden, die Saison, ich muss leider los, es ist nämlich schon sehr, sehr, sehr spät geworden, in dem Sinne, sagt mir gerne eure Meinung dazu, wie habt ihr die Spiele empfunden, was habt ihr zum Elberdienstspiel zu sagen, was ich verpasst habe, nicht gesehen habe, was ging bei Freiburg, was ich verpasst habe, nicht gesehen habe, wie seht ihr das, seht ihr auch die Entwicklung so, dass, äh, Eintracht auf dem richtigen Weg ist, und momentan, ja, natürlich tut es weh, wenn man sieht, die kommen nicht weiter davon, aber die haben sich gelernt in der Schule, ja, der Schuhbacher, was wollt ihr, ja, wenn die Lehrer euch das nicht beibringen, dann, ja, klar, könnt ihr auch verlangen, dass die Spieler sich das selber beibringen, aber, so weit sind wir noch nicht, ja, so, und, äh, sind wir auf einem guten Weg, ja oder nein, das ist eigentlich die Kernfrage, das ist die Quintessenz dieser heutigen Folge, das möchte ich wissen, sind wir auf einem guten Weg oder nicht, ja, schreibt es mir hier rein unter das Video, äh, und dann, äh, sehen wir uns jetzt, ich bin wieder zurück, jetzt wird es wieder regelmäßig abgehen, und, äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wenn wir uns an nichts dagegen sind, sorry, ich bin noch komplett, äh, jetlag-mäßig so, aber, äh, aus Offenbach, sind weiter weg hier, ja, so, äh, in dem Sinne, alles wird gut, schreibt mir eure Meinung, und dann, äh, werden wir uns hier weiterhin austauschen, also, ich muss los, ja, tschüss, tschüss, ne, tschüss,